Ich habe euch was mitgebracht. Ui, der ist aber staubig. 170, Braterbahn, Schiebezug. Neu, Legoland Schiffe. Im Kuhstall. Und ihr seht's? Wahnsinn. Hallo Ali, ich bin's wieder. Flipperstein Schmatz, euer alter Knacker aus dem rostigen Städtchen Neu-Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze an meinem selbstpersönlich gekauften YouTube-Videotisch im Saal Klassik, dem Museum für Flipperautomaten und Legosets in Neu-Lenkbach. Das bereits geöffnet hat. Ich habe euch was mitgebracht. Haltet euch fest, es ist Bootleg, also gefälscht, aber ein rechter Noppenschuh. Ich hoffe, der fokussiert. Ist der nicht arg? Meine Frau hat mir selbstpersönlich Noppenschuhe gekauft. Ist das nicht arg? Also ich bin von und zu überhaupt entsetzt? Ja, das ist der rechte. Ich habe euch noch was mitgebracht von der Firma Lego. Haltet euch fest. Nein, das meine ich nicht. Das ist nur die Platte. Ihr wisst, es kommt ein Katalog. Und zwar der wunderbare Katalog aus dem Jahre 1973 für Österreich. Das ist eine feine Sache. Ich wende, sonst sehe ich nichts. Und hier ist es. Alter Mann, der braucht eine Brille. Dann haben wir bessere Chancen, dass wir durchkommen. Der Katalog hat eine wunderbare Frontseite. Es ist das Lego-Logo und der elegante Schriftzug 73 in den klassischen Lego-Farben gehalten. Und dann ist Text drauf. Susi hat eine kleine Decke gehäkelt. Die hält schön warm, wenn draußen der Wind pfeift. Die liegt da oben. Ich habe zwar keine Lego-Decke gesehen bis jetzt, aber offensichtlich gab es sowas. Auf diesem Dach können die Patienten an der frischen Luft liegen. Das ist gesund. Natürlich muss ein Saunder sein, damit niemand hinunterfällt. Hier gibt es drei Fahrer. In jedem Stockwerk keinen. Wenn der erste schläft, fährt der zweite. Und wenn beide schlafen, fährt der dritte. Erst wenn alle drei schlafen, bleibt Susis Krankenwagen stehen. Und hier liegen die Patienten. In jedem Stockwerk einer. Jeder Patient ist ein Streichholz, sorgfältig in Papier gewickelt. Aus Sicherheitsgründen. Na servus, die spielen mit Zünder. Na hör mal. Alle Fahrer steigen durch diese Tür aus. Schließlich müssen sie das Fahrzeug ja auch einmal verlassen können. Dass sie dabei ziemlich tief auf die Straße hinab springen müssen, darüber will Susi nochmal nachdenken. Zehn Räder. So viele müssen es sein, weil das einfach gut aussieht. Ein Krankenwagen gebaut von Susi. Wer hätte das gedacht? Schauen wir mal, was uns die Firma Lega 1973 alles reindrückt. Wollen wir es so formell mal sagen. Gibt es Krankenwagen, die wirklich so aussehen? Wohl kaum. Das sagt uns schon der gesunde Verstand. Aber der ist nur für Erwachsene wichtig. Susi ist erst fünf Jahre. Und für sie ist es ein richtiger Krankenwagen. Bis in alle Einzelheiten. Ganz so, wie sie ihn will. Und sie sich ihn vorstellen. Sie hat ihn mit Lego gebaut. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und das ist eben der große Vorteil dabei. In diesem Jahr kann man mit Lego noch mehr bauen. Denn es gibt viele neue Modelle. Große und kleine Autos, Flugzeuge, Schiffe, Kräne, Puppenhauseinrichtungen und Küchen. Und hat man sie zusammengebaut und einige Tage damit gespielt, dann kann man sie wieder auseinander nehmen und aus den Steinen etwas völlig anderes bauen. Genau so, wie Susi es macht. Hier einige der Neuheiten. Hier einige der interessantesten Neuheiten. Fenster und Fensterläden, die sich öffnen und schließen lassen. Richtige Schiffe, die auch schwimmen können. Neue Puppenmöbel zum selber bauen. Neue Legoland Autos. Ein Hubschrauber. Ein Flugzeug. Ein Lampenputzer. LKW mit ausfahrbare Arbeitsbühne. Und vieles andere mehr. Lego Duplo. Kleine Kinder haben noch kleine Hände, die das Greifen erst lernen müssen. Sie spielen mit großen Steinen am besten. Deshalb hat Lego ein ganzes Sortiment mit großen Steinen. Duplo. Damit können selbst Einjährige schon spielen. Und auch wenn sie größer werden, spielen sie noch mit Duplo. Denn Duplo lässt sich mit allen anderen Lego Elementen kombinieren. So kann Duplo auch nach 10 Jahren noch das wichtige Fundament für die interessantesten Konstruktionen und Maschinen bilden. Kein Wunder Duplo lehrt Greifen und Begreifen. Hier sehen wir verschiedene Lego Duplo Kästen. Die 510, 512, 513, 514 und 515. Es versteht sich, dass keine Preise dabei stehen. Ja, was kein Preis ist, wenn kein Preis dasteht, kann ja nicht kartelliert sein. So einfach ist das. Eine gute Philosophie. So stellen wir uns das vor. Neue Grundkästen. Mit den Lego Grundkästen beginnt das Spiel der unbegrenzten Möglichkeiten. Hier kann man seine Fantasie frei entfalten und zeigen, was man kann. Es gibt unzählige Variationen. Die Kästen enthalten je nach Größe Fenster, neue Fensterläden, Türen zum Öffnen, Räder, Lego-Steine aller Größen und Farben, Bauplatten und so weiter. Lego Kästen 2, 3 und 4. Größere Kinder stellen höhere Ansprüche. Doch Lego Grundkästen braucht man immer, denn sie vervollständigen jede andere Sammlung. Sie passen zum Eisenbahnprogramm, Degoland, zu den Puppenstuben oder Autobausätzen. Lego Grundkästen sind das Fundament für jede Lego Sammlung und eine wertvolle Bereicherung für alle Lego Spezialschachteln. Hier sind die 5, 6, 7 und 8. Jetzt fliegt eine Mücke herum. Ich fürchte mich. Ich hoffe, die frisst mich jetzt nicht vor laufender Kamera. Sonst war es das letzte YouTube-Video. Neue Elemente sind ja gezeigt. Die Türen, das sind die drei Noppentüren. Habe ich euch in einem Video schon gezeigt. Ein eigenartiger Baum. Die Tragboxen und die Duplo-Kindergartensortimente. Neue Puppenmöbel, Mädels! Was für euch! Boah, 1973 hat man das noch sagen dürfen. Wenn ich das heute mache, werde ich wahrscheinlich nur mehr Daumen runtergeben. Burschen, neue Puppenmöbel, etwas für euch! Oder Puppenmädels, etwas für euch! Das kann man ja so drehen, wie man es will. Jetzt gibt es acht neue Kleinpackungen mit herrlichsten Puppenmöbeln. Damit lassen sich Puppenstuben ganz nach eigenem Geschmack einrichten. Die großen Packungen enthalten komplette Zimmer. Eine Küche, ein Esszimmer und ein voll eingerichtetes Kinderzimmer. Und ein Puppenhaus baut man mit den Legosteinen aus Grundkästen. Da sind wir die 270, 271, 273. Das sind verschiedene Elemente. Zum Beispiel die 270 Standur mit Tisch, Sessel und Lampe. Die 271 Kinderbett mit Nachttisch. Die 272 Frisierkommode mit Spiegel. Die 273 Bücherschrank mit Schubladen und Türen. Die 290 ein Esstisch mit vier Stühlen. Die 291 ein Schreibtisch mit Stuhl und Tafel. Die 292 Spültisch mit Geschirrschrank. Die 293 Klavier mit Klavierbank und Notenschrank. Die 260 ist eine Stube mit Tisch und Sitzkarnitur. Sowie Anbauschrank mit Schubladen. 261 ist die Küche mit Spülbecken, Herd und Kühlschrank. Und die 262 ist das Kinderzimmer mit Betten, Stühlen, Tisch und Schränken. Das hört sich ja nach echtem Leben an. Ist ja unglaublich. Legoland. Legoland besteht nicht nur aus vielen verschiedenen Autos. Es gibt auch Legoland Häuser. Eine richtige Feuerwache mit starkbereiten Einsatzwagen, einen Hubschrauber und sogar ein Düsenflugzeug. Mit Legoland baut man sich ein eigenes Spielland. Denn in diesem Jahr gibt es wieder viele tolle Neuheiten. Man braucht sich nur einmal die Abbildungen auf den folgenden Seiten anzuschauen. Die Autos können schon von 3- und 4-Jährigen zusammengebaut werden. In diesem Alter braucht man Räder, die sich drehen, Türen, die auf- und zugehen und Kräne, die sich richtig bewegen lassen. Jetzt ein paar Überblickbilder. Und jetzt kommen die einzelnen Sets. Jetzt wird es spannend. Die 348 Legoland Garage mit automatischer Tür, passend für alle Legoland Autos. 349 Legoland Tiroler Haus. 350 die Legoland Villa Romana. 351 das Legoland Schotterwerk mit beweglicher Förderanlage. Die 352 Legoland Windmühle mit Lagerraum und LKW. Die 353 Legoland Reihenhaus mit PKW und Garage. Die 354 Legoland Polizeistation mit Hubschrauber und PKW. Heliport. 356 Legoland Fährenhaus mit neuen Fensterläden. 355 Legoland Stadt mit vielen Gebäuden und Autos zu Wien Stadtplan. Die 357 Legoland Feuerwache mit Löschzug, Schlauch und Gerätewagen. Die 358 Legoland Raketenstation mit Montageturm und Versorgungsfahrzeug. Legoland geht es weiter. 604 Legoland Traktor mit Schaufel. 609 Legoland Flugzeug. 610 Legoland Oldtimer. 611 Legoland Polizeiauto. 640 Legoland Feuerwehr mit Drehleiter und Anhänger. 648 Legoland Shellstation. 649 Legoland Sattelschlepper mit Schwenkschaufler. 650 Legoland BKW mit Rennwagen. 651 Legoland Kranwagen mit PKW. 652 Legoland Gabelstapler mit Hubvorrichtung und Hänger. 653 Legoland Rettungshubschrauber mit Krankenwagen. 654 Legoland LKW mit Kran. 655 Legoland LKW mit ausfahrbarer Arbeitsbühne. 684 Legoland Sattelschlepper mit Gabelstapler. 685 Legoland LKW mit Anhänger. 686 Legoland Traktor mit Kippwagen und Bagger. 687 Legoland Jet LL01. 688 Legoland Tanklast und Zug. Und ein Bild mit ohne Legoland. Jetzt bin ich aber entsetzt. Und die deutschen Kollegen sehen, wie es kommt. Naja, macht ja nichts. Neu Legoland Schiffe. 693 Legoland Sticht in See. Drei neue Schiffe, die richtig schwimmen. Damit geht ein Wunsch vieler Kinder in Erfüllung. Alle Schiffe können beliebig verändert werden, denn man baut sie selbst. Legoland Schiffe sind immer auf großer Fahrt. Bei schönem Wetter im Freien oder in der Badewanne oder auf dem Teppich. Oder Punkt, Punkt. Rufzeichen. 310 Neu Legoland Fischerboot. 311 Legoland Frachtschiff. 312 Legoland Tanker. Lego Spezialfahrzeuge. Diese Autos sind so, wie richtige Autos sein müssen. Mit vielen Spielfunktionen. Der neue Sattelschlepper mit dem Hochlöffelbagger kann zum Beispiel ganz herrlich auf der Baustelle in der Sandkiste eingesetzt werden. 371 LKW mit Seitenkipper. 378 Traktor mit Anhänger. 381 Britschenwagen mit Gabelstapler. 379 BKW mit Wohnwagen. 382 Abschleppwagen mit BKW. 383 Sattelschlepper mit Hochlöffelbagger. Und wieder ein Bild ohne Nummer. Die 4,5 Volt Eisenbahn. Lego, das ist die Eisenbahn, die man ganz und gar alleine bauen kann. Kleine Kinder brauchen noch keine Schienen und spielen am liebsten mit den Schiebezügen. Lego hat sie. Und die Kinder haben den gleichen Spaß daran, wenn sie größer werden. Sie brauchen nur einen Lego Batteriemotor einzubauen. 180 4,5 Volt Berg-Werk-Güterzug mit 5 Waggons. 170 Praterbahn-Skibezug. 181 4,5 Volt-Güterzug mit 3 Waggons. 161 Batteriewagen mit Signal- und Fahrtrichtungsschalter. 154 eine rechte und eine linke Weiche für Handbetrieb. 155, zwei Kreuzungen, 8 Gerade, Schienenteile, 4 Schwellen. 12 Volt Eisenbahn. Aus jedem Lego Batteriezug lässt sich ganz einfach ein richtiger 12 Volt Transformator-Zug bauen. Alle nötigen Teile kann man einzeln bekommen. Natürlich gibt es auch komplette 12 Volt Züge und alles was dazu gehört. Angefangen beim Trafo, der auch die Geschwindigkeit regelt, bis hin zur kleinen Stromschiene. Die Abbildungen zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der unbegrenzten Baumöglichkeiten. 720 12 Volt Elektro-Güterzug ohne Trafo mit Tender-Lock und 3 Wagen. Schienen-Oval mit Fahrt- und Stromschienen. Die Lok ist betriebsfertig vorgebaut. 723er Skier-Lokomotive mit 12 Volt Elektromotor zerlegbar. 724 12 Volt Diesel-Lock mit Kranwagen und Muldenkipper. 740 12 Volt Transformator VDE geprüft mit Fahrtrichtungs- und Geschwindigkeitsregler. Kurzschlussfest. 750 8 Gerade Stromschienen. 751 8 gebogene Stromschienen. 753 elektromagnetische Rechtsweiche mit Schaltplatte. 754 elektromagnetische Linksweiche mit Schaltplatte. 703 12 Volt Austauschmotor. 704 ein paar Schleifkontakte. 705 vier Radbuchsen. 706 eine Schienenkontaktplatte. 708 zwei Meter Verlängerungskabel für Weichen. Eisenbahn-Zubehör. Dieses Zubehör ist eine wertvolle und gar nicht teure Ergänzung für jede Lego-Eisenbahn. Das macht das Spiel noch spannender und vielseitiger. 132 Torkran mit Güterwagen. 158 Bahnübergang mit Schranken. 130 Muldenkippwagen. 150 8 Gerade Schienenteile. 10 Schwellen. 151 16 gebogene und 2 Gerade Schienenteile. 10 Schwellen. Zahnräder. Die Zahnräder lassen sich mit allen anderen Lego-Elementen kombinieren und ermöglichen völlig neue Konstruktionen. Alles dreht, hebt, senkt sich und kann vor- und rückwärts laufen. Ein Lego 4,5 Volt Motor ist die richtige Antriebskraft. 800 Zahnräder mit 4,5 Volt Batteriemotor und Kasten und vielen Legosteinen. 803 Zahnräder, Kreuzgelenke, Gummireifen zum Montieren auf Zahnrädern. 801 Zahnräder, Lagerelemente, Achsstifte und Legosteine. 802 Zahnrad, Ergänzungsschachtel. Motor. Dieser kleine Batteriemotor bietet eine Fülle neuer Spielmöglichkeiten. Er bewegt Autos und Züge und lässt Windmühlen kreisen. Er läuft vor- und auch rückwärts. 103 4,5 Volt Batteriemotor, zerlegbar. Mit Batteriekasten, Motor, Rahmenplatte, 8 Rädern, 2 Gunniraupen und Kabel. 101 Batteriekasten mit Vor- und Rückwärtsbetätigung. 104 4,5 Volt Austauschmotor. Zubehör. Wer sich für ganz bestimmte Lego Elemente interessiert, findet sie sehr preisgünstig in den Lego Ergänzungsschachteln. In den hier gezeigten Farben sind die Zubehör Elemente erhältlich. Da gibt es jetzt verschiedene Dinge. Ich lese jetzt nur den Text. 785 Lego Kinderkoffer leer, 241 Modellbuch, 100 Seiten voller Ideen und Bauanleitungen. 795 2 große Bauplatten, Rot-Blau. 796 2 große Bauplatten, Grün-Gelb. 797 2 große Bauplatten, Grau-Weiß. 798 2 mittlere Legoland-Bauplatten, Grün-799 eine Riesenplatte, Grau-Weiß. Logische Denken lernen und beherrschen können. Mit Lego macht Mathematik endlich Spaß. 1513 Klassenausgabe. 900 Vierkopfsteine in den Farben Rot, Weiß, Blau, Gelb und Schwarz. Spielbuch, Regelkärtchen und Spielpläne. 1512 Normalausgabe. 250 Vierkopfsteine in den Farben Rot, Weiß, Blau, Gelb und Schwarz. Spielbuch, Regelkärtchen und Spielpläne. 16197 Spielbuch. Denken mit Lego. Mit über 100 Denkspielen. 1621 Regelkärtchen und Spielpläne. Die Namen Lego, Lego Duplo und Legoland sind eingetragene Warenzeichen. Copyright 1972 Lego. Nicht kartellierte Preise. Aha, stehen zwar keine Preise drinnen, aber sie sind nicht kartelliert. Das ist ja schon mal was. Lego Handelsgesellschaft, MbH 10, 21 Wien, Darnotgasse 13. Printet in Germany bei Heo Buriedent Hamburg. 975... Nein? Ja. Jetzt wird es aus mit dem Lesen. Jetzt ist es vorbei. 97520-OS. Ja, liebe Freunde der Blasmusik. Das ist der Lego-Katalog. Er war im Lego-Katalog 1973. Stimmt ja gar nicht. Ist doch ein netter Buch. Also die Susi ist doch eine sympathische, oder? Was die tolles baut. Wir sollten uns die Susi einladen, damit sie uns mal so einen tollen Krankenwagen baut. Sollen wir den nachbauen? Ich glaube, da hätten wir sogar alle Teile. Vielleicht werde ich da mal einen Sohn auftragen. Bau mal den Krankenwagen der Susi nach. Eine Hausübung habe ich noch für euch. Hm. Das ist schwierig. Ich lege mal die Brille weg. Damit ich euch in die Augen schauen kann. Finde heraus, wie hoch die höchste Lego-Zugspirale ist, die es gibt oder gab. Macht das mal. Ja, ich freue mich, wenn ich euch mal sehe. Entweder auf YouTube oder persönlich im Kindergarten. Kommt es vorbei. Da oder dort. Macht es eine gute Zeit. Genießt das Leben. Es ist wunderschön. Baut etwas Hübsches aus Klemmbausteinen. Denn passt auf, dass euch die bösen Mücken, die da herumfliegen, nicht stechen. In diesem Sinne. Bis später. Bis dann. Bis irgendwann. Hier im Eitle Kindergarten. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Blob. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020